Das erste Buch Mose Nach der Mengeübersetzung Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war eine Wüstenei und öde, und Finsternis lag über der weiten Flut, und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag. Der Finsternis aber gab er den Namen Nacht. Und es wurde Abend und wurde Morgen. Erster Tag Dann sprach Gott, es entstehe ein festes Gewölbe inmitten der Wasser und bilde eine Scheidewand zwischen den beiderseitigen Wassern. Und es geschah so. So machte Gott das feste Gewölbe und schied dadurch die Wasser unterhalb des Gewölbes von den Wassern oberhalb des Gewölbes. Und Gott nannte das feste Gewölbe Himmel. Und es wurde Abend und wurde Morgen. Zweiter Tag Dann sprach Gott, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem besonderen Ort, damit das Trockene sichtbar werde. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde. Dem Wasser aber, das sich gesammelt hatte, gab er den Namen Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, die Erde lasse junges Grün sprossen, samentragende Pflanzen und Bäume, die je nach ihrer Art Früchte mit Samen darin auf der Erde tragen. Und es geschah so. Die Erde ließ junges Grün hervorgehen, Kräuter, die je nach ihrer Art Samen trugen, und Bäume, die Früchte mit Samen darin je nach ihrer Art trugen. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und wurde Morgen. Dritter Tag Dann sprach Gott, es sollen Lichter am Himmelsgewölbe entstehen, um Tag und Nacht voneinander zu scheiden. Die sollen Merkzeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten sowie zur Zählung von Tagen und Jahren dienen. Und sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um Licht über die Erde zu verbreiten. Und es geschah so. Da machte Gott die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Herrschaft über den Tag und das kleinere Licht zur Herrschaft über die Nacht, dazu auch die Sterne. Gott setzte sie dann an das Himmelsgewölbe, damit sie Licht über die Erde verbreiteten und am Tage und in der Nacht die Herrschaft führten und das Licht von der Finsternis schieden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und wurde Morgen. Vierter Tag Dann sprach Gott, Es wimmle das Wasser von einem Gewimmel lebender Wesen, und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe hinfliegen. Da schuf Gott die großen Seetiere und alle Arten der kleinen Lebewesen, die da sich regen, von denen die Gewässer wimmeln, dazu alle Arten der beschwingten Vögel. Und Gott sah, dass es gut war. Da signete Gott sie mit den Worten, Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser in den Meeren und auch die Vögel sollen sich auf der Erde mehren. Und es wurde Abend und wurde Morgen. Fünfter Tag Dann sprach Gott, Die Erde bringe alle Arten lebender Wesen hervor, Vieh, Griechgetier und wilde Landtiere. Jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Da machte Gott alle Arten der wilden Landtiere und alle Arten des Viehs und alles Getier, das auf dem Erdboden kriecht. Jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde, uns ähnlich, die da herrschen sollen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über das zahme Vieh und über alle wilden Landtiere und über alles Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Weib schuf er sie. Gott segnete sie dann mit den Worten, Seid fruchtbar und mährt euch. Füllt die Erde an und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alle Lebewesen, die auf der Erde sich regen. Dann fuhr Gott fort. Hiermit übergebe ich euch alle samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit samentragenden Früchten. Die sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, was Lebensodem in sich hat, weise ich alles grüne Kraut der Pflanzen zur Nahrung an. Und es geschah so. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und wurde Morgen. Der sechste Tag. So waren der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Herr vollendet. Da brachte Gott am siebten Tag sein Werk, das er geschaffen hatte, zur Vollendung und ruhte am siebten Tage von aller seiner Arbeit, die er vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm hat Gott von seinem ganzen Schöpfungswerk und seiner Arbeit geruht. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden.